Hallo, wir wollen heute Komplexität klassifizieren. Genau genommen möchte ich nach meinen beiden Hinleitungen in den letzten Videos jetzt konkret Ihnen ein paar Komplexitätsklassen vorstellen, ein paar wichtige Komplexitätsklassen und bei der Gelegenheit auch gleich ein bisschen die Idee der Komplexitätstheorie Ihnen vermitteln. Also wie machen wir das jetzt eigentlich? Wir wollten Probleme nach ihrer Schwierigkeit einteilen. Wie genau könnte sowas aussehen? Das werden wir gleich sehen. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krutsch und dies sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik. Wo fange ich an? Ja, wir hatten beim letzten Mal über Ressourcen gesprochen, die man bei Turing-Maschinen messen kann, zumindest einige davon, nämlich den Speicherbedarf, den Platz und die Zeit, die Anzahl an Schritten, die man für eine bestimmte Berechnung verwendet. Und wir hatten gelernt, dass das Ganze bitte nicht so detailliert sein sollte. Wir wollen das Ganze abstrahieren durch die U-Notation, die Sie auch schon aus der algorithmischen Komplexität sicherlich irgendwo mal kennengelernt haben. Das möchten wir jetzt weiterverwenden und von diesen beschränkten Turing-Maschinen, die ich Ihnen beim letzten Mal erklärt hatte, weitergehen zu Klassen von Sprachen. Denn eigentlich geht es uns ja darum, dass wir Probleme, also Sprachen, wenn man so will, nach ihrer Schwierigkeit einteilen. Das heißt, wir wollen Sprachklassen definieren, nicht Turing-Maschinen-Klassen, die sind Klassen von Algorithmen. Aber natürlich gibt es einen klaren Bezug zwischen den beiden. Die Probleme kann man danach klassifizieren, welche Art von Turing-Maschine, welche Art von Algorithmus man benötigt, um sie zu lösen. Und das ist das, was hier auf dieser Folie eingeführt wird. Wir betrachten wieder eine beliebige Funktion f, die von natürlich Zahlen, von der Länge des Inputs im Normalfall, auf irgendeine andere Zahl abbildet. Und wir definieren jetzt als die Time oder manchmal auch einfach nur Time von Fn die Klasse aller Sprachen L, welche durch eine OF-zeitbeschränkte Turing-Maschine entschieden werden können. Also das ist also sozusagen nur die Klasse der Sprachen, die zugehörig ist zu der zeitbeschränkten Klasse von Turing-Maschinen, die ich beim letzten Mal eingeführt habe. Und das Gleiche können wir mit Space machen. Die Space von Fn oder einfach nur Space ist die Klasse aller Sprachen L, welche durch eine OF-speicherbeschränkte Turing-Maschine entschieden werden können. Warum das D? Naja, für deterministisch. Das sind also deterministische Klassen. Es geht hier immer um deterministische Turing-Maschinen. Wenn man das D weglässt, dann ist das sozusagen die versteckte Annahme, dass es deterministisch ist. Aber wenn es nicht deterministisch sein sollte, würde man auf jeden Fall hier was anderes schreiben, nämlich ein N. Das sehen wir auch noch. Okay. Was wir also mit diesen Definitionen haben, sind jetzt Klassen von Sprachen, abhängig davon, mit welcher Art von Turing-Maschinen oder mit wie vielen Ressourcen einer Turing-Maschine man die Sprache entscheiden kann. Wir beobachten sofort, es geht hier nur um Sprachen, die überhaupt entschieden werden können. Also nicht entscheidbare Sprachen sind in keiner solchen Klasse. Erstes Beispiel. Die Suche nach Euler-Pfaden. Sie erinnern sich, die Brücken von Königsberg kann in D-Space-N implementiert werden. Und zwar die naive Suche. Was war die naive Suche? Das war die, bei der wir alle möglichen Pfade betrachten und schauen, ob einer davon zufällig jede Brücke genau einmal überschreitet oder jede Kante im Graphen allgemeiner gesprochen einmal überschreitet. Wie kann ich das in linearem Speicher schaffen? Das kann man sich mal überlegen. Wir wissen, es gibt exponentiell viele Pfade. Aber das heißt nicht, dass wir exponentiell viel Arbeitsspeicher brauchen. Zweites Beispiel. Das hatte ich auch gerade schon angedeutet. Das Halteproblem ist in keiner dieser Klassen, da es eben nicht entschieden wird. Das ist also ein Problem, was, egal wie groß sie die Funktion wählen und egal, ob diese Funktion berechenbar ist oder nicht berechenbar ist, das kann man nicht entscheiden. Deshalb liegt es eben in keiner dieser Klassen. Okay, so haben wir also Sprachklassen. Jetzt gibt es natürlich einige Fragen, die das Ganze aufwirft. Wenn ich so allgemein eine Sprachklasse definiere, dann muss ich natürlich fragen, ist diese Klasse, wie ich sie gerade hier eingeführt habe, abhängig von der Art der Turing-Maschine, die ich verwende? Oder überhaupt von der Art des Berechnungsmodells, was ich annehme? Ich könnte ja auch Wahlprogramme verwenden statt Turing-Maschinen. Und gut, da müsste ich mir überlegen, wie ich deren Ressourcen genau definiere. Aber zumindest, was die Schritte angeht, was die ausgeführten Operationen angeht, in so einem Wahlprogramm könnte ich auch da die Zeit messen. Würde das in jedem Fall die gleichen Klassen ergeben? Mehr-Band-Turing-Maschinen ist auch so ein Fall. Also würde das, ist die Time von einer Funktion f das Gleiche, egal ob ich ein Band oder zwei Bänder oder drei Bänder habe. Okay. Und nun gut, die Antwort ist natürlich eher negativ. Also nein. Aber bei vielen typischen Variationen sind die Unterschiede nur polynomiell. Beispiel, wir hatten das früher schon gesehen, man kann Mehrband-Turing-Maschinen mit einem einzigen Band simulieren. Und das erzeugt einen gewissen Overhead, aber der ist nicht riesig. Also wenn ich eine OFN-zeitbeschränkte K-Band-Turing-Maschine habe, dann kann ich sie mit einer K mal F² von N zeitbeschränkten Einband-Turing-Maschine simulieren. Also das wurde auch in einem früheren Video schon einmal erklärt, wie genau das funktioniert. Einfacher gesagt, der Verzicht auf mehrere Bänder verursacht maximal quadratische Zeitkosten. Es wird immer wieder gefragt, was soll das Quadrat hier hinter dem f? Schreiben wir das nicht am Ende. In der Arithmetik tendenziell schon, aber es ist manchmal Gepflogenheit, das direkt hinter die Funktion zu schreiben, damit man sieht, dass hier die Funktion quadriert wird, also der Wert und nicht etwa die Eingabe zum Beispiel. Also es ist nicht f von N², sondern es ist der Funktionswert quadriert von N. Okay, das heißt also, mehrere Bänder potenziell haben natürlich eine Auswirkung, aber die Auswirkung ist nicht riesig. Ganz klein gedruckt hier unten eine Anmerkung. Die Rechenmodelle, die wir betrachten, sind hier alle deterministisch. Wenn ich Nicht-Determinismus betrachte, dann ist das nicht mehr wahr unbedingt, was ich hier sage mit der Prognormalität. Dazu müssen wir noch kommen. Also das Maschinenmodell ist nicht harmlos in der Regel und es hat auf jeden Fall Einfluss, mal mehr, mal weniger, aber bei vielen kleineren Variationen eher weniger. Zum Glück, ja. Denn sonst müssten wir für jedes Detail in der Definition eine andere Sprachklasse haben und die in jedem Fall neu untersuchen. Und wir hätten also keine allgemeine Aussage darüber, dass es ein schweres oder ein leichtes Problem ist, sondern man hätte dann so eine Aussage wie, das ist in einer Drei-Band-Touring-Maschine mit einseitig unendlichem Band und drei verschiedenen Bewegungsrichtungen ein nicht so schweres Problem. Also solche Wagen oder überspezifischen Aussagen würden uns natürlich wenig weiterhelfen. Wir wollen ja irgendwie schon was Allgemeines über die Natur der Probleme kennenlernen und nicht nur über eine bestimmte Art sie auf einer bestimmten Implementierungsgrundlage zu lösen. Okay. Gut. Maschinenmodelle, also großteils unter Kontrolle mit der kleinen Ausnahme der nicht-deterministischen Turing-Maschine, die wir hier erstmal nicht betrachten. Dafür steht ja hier auch das D extra vor. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum ein Problem vielleicht unterschiedlich schwer erscheinen könnte. Nämlich, wenn man die Eingabe unterschiedlich kodiert. Dass man Eingaben kodieren muss, das hatten wir in der Vergangenheit schon gesehen bei verschiedenen Problemen. Also zum Beispiel, als ich die universelle Turing-Maschine Ihnen skizziert habe oder argumentiert habe, dass es so etwas gibt, da haben wir natürlich vorher erstmal Turing-Maschinen als Eingabe für diese universelle Maschine kodieren müssen. Und ja, das kann man irgendwie machen und man kann es aber natürlich auch ganz anders machen. Und allgemein stellen wir natürlich Fragen der Art, wie schwer ist es herauszufinden, ob es einen Euler-Pfad gibt oder einen Hamilton-Pfad gibt. Und wir fragen eher nicht, wie schwer ist es, einen Euler-Pfad zu finden, wenn ein Graph in einer ganz bestimmten Art und Weise binär kodiert wird, im Gegensatz zu einer anderen. Ja, da müssten wir sehr viele Details festlegen. Und das würde dann auch wieder nicht mehr den Eindruck machen, dass wir über das Problem sprechen, sondern wir würden dann schon über eine sehr spezifische Ausprägung des Problems sprechen und das eigentliche Interessante vielleicht aus den Augen verlieren. Und wichtig ist also die Frage, inwieweit ist das, was wir hier definieren, unabhängig von der Kodierung. Und auch hier müssen wir sagen, ganz gleich ist das nicht. Ja, also die Kodierung hat einen Einfluss. Aber vernünftige Kodierungen unterscheiden sich voneinander in der Regel nur polynomiell. Also Beispiel mit dem Graphen, was ich gerade gesagt hatte. Ein Graph kann als Adjacenzmatrix kodiert werden. Also Sie haben eine große Matrix, in der Sie für jeden Knoten des Graphen eine Zeile und eine Spalte vorsehen. Und jedes Mal, wenn es eine Kante zwischen den beiden gibt, dann füllen Sie dort ein Kreuz ein oder setzen das Bit auf True. Und ansonsten eben wird es Force. Da haben Sie also eine quadratische Speichergröße für die Matrix. Man könnte aber auch eine Adjacenzliste angeben, in der man nur die Kanten, die tatsächlich auftauchen, der Reihe nach als Liste abspeichert. Für jede Kante braucht man aber natürlich die Knoten. Also in der Matrix sind die verbundenen Knoten jeweils nur durch die Position des Bits schon kodiert. Aber wenn man nur bestimmte Dinge in der Adjacenzliste speichert, muss man natürlich sich bezogen eben auf die Knoten. Brauchen wir also irgendwie eine Kodierung der Knoten, zum Beispiel wie näher kodiert, dann würde das logarithmisch viel Platz brauchen. Und gut, das muss ich für jede Kante machen. Das heißt also, ich habe irgendwie diesen Speicherbedarf. Das ist also eine andere Kodierung, nicht gleich groß. Für manche Graphen ist das Letztere deutlich effizienter. Wenn Sie nur sehr wenige Kanten haben, brauchen Sie weniger Speicher. Aber der Unterschied zwischen der einen und der anderen Kodierung ist stets polynomiell. Das heißt, auch hier polynomiell, es stellt sich heraus als etwas, was durchaus auftreten kann in der Praxis, aber es ist nicht schlimmer als das. Es bleibt in diesem Rahmen. Es gibt aber durchaus Fälle, in denen eine besonders ineffiziente Kodierung, insbesondere die Komplexität verändert eines Problems. Wie kann das sein? Das werden wir noch sehen im Detail. Aber Sie können ja schon mal überlegen, was es heißt, wenn ich ein Problem habe, zum Beispiel das Problem von Hamilton, wo wir gesagt haben, das ist nicht so einfach zu lösen, das könnte exponentiell viel Arbeit machen. Und ich würde jetzt den Graphen aber besonders ineffizient kodieren. Also sprich, ich würde viel mehr Speicher für die Kodierung des Graphen verwenden, als eigentlich nötig nach so einer normalen Kodierung, wie mit Adjacenzliste oder Adjacenzmatrix. Dann können Sie sich mal überlegen, was heißt das? Wird dann die Komplexität größer oder kleiner des Problems? Okay, gut. Dazu kommen wir an anderer Stelle. Kodierungsdetails. Natürlich könnten Sie jetzt auch erwidern, ja, Kodierungsdetails, für uns Theoretiker ist das doch alles gar nicht weiter von Belang. Wenn wir darüber sprechen, ob eine Sprache, also ein Entscheidungsproblem, höhere oder niedrigere Komplexität hat, da müssen wir natürlich vorher festgelegt haben, welche Sprache das ist. Und mit der Sprache sind die Wörter der Sprache definiert und damit auch die Kodierung. Das heißt also, natürlich, wenn ich über konkrete Sprachen spreche, formal gesehen, dann ist die Kodierung schon Teil des Problems. Aber wenn ich näher an die Praxis will und sage, mir geht es jetzt darum, die Euler-Pfade zu finden und mir ist eigentlich jetzt erstmal egal, wie genau ich diesen Graphen dafür kodiere, dann sind natürlich viele Sprachen, kommen da in Betracht und es wäre jetzt unglücklich, wenn die Komplexitätstheorie uns für jede Kodierung eine andere Komplexitätsklasse geben würde. Also wir wünschen uns, dass solche Details, Implementierungsdetails, auch wieder eine gewisse Robustheit aufweisen bezüglich der Komplexitäten, die wir da kriegen. Okay, dritte Dimension, auch da gibt es noch weitere Möglichkeiten. Selbst wenn ich von Kodierung und Maschinenmodell absehe, kann man natürlich auch über weitere Implementierungsdetails nachdenken. Im Algorithmus selbst zum Beispiel könnte ich spezifische Datenstrukturen verwenden. Ich könnte Hashtabellen bauen, zum Beispiel, wenn ich schnell Zugriff möchte auf bestimmte Teile oder ich könnte die Kanten des Graphen in irgendeiner Weise in einem Index anordnen, sodass ich sie schnell finde. Macht das einen Unterschied? Ist das wichtig? Und das ist auch wiederum eine wichtige Frage, denn oftmals, wenn wir hier irgendetwas erklären und argumentieren, dass es ein leichtes oder ein schweres Problem ist, dann wollen wir solche Details eigentlich nicht angeben. Ich möchte nicht bis auf die Datenstrukturen und die Bits und Bytes runtergehen jedes Mal oder die Turing-Maschine, noch schlimmer, die Turing-Maschine Ihnen im Detail angeben mit all Ihren Übergängen, wenn ich mal argumentieren möchte, dass etwas leicht lösbar ist. Es wäre also gut, wenn auch dahingehend diese Singe robust wären, aber auch hier muss man natürlich sagen, eigentlich ist das nicht so. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Auch da macht es einen Unterschied, ob ich das eine so oder so kodiere. Ja, Sie wissen, wenn Sie zum Beispiel Grundlagen- und Datenbank-Implementierung gehört haben, dass es da verschiedene Operationen gibt, wie Joins zum Beispiel, und dass die sehr unterschiedliche Zeitkomplexitäten aufweisen können, ob ich jetzt einen Nested-Loop-Join oder einen Hash-Join oder einen Merge-Join oder so mache. Aber man sieht, auch wenn das in der Praxis eine große Rolle spielt, welcher davon der effizienteste ist und man viel Arbeit da reinsteckt, den richtigen zu finden in der Datenbank-Implementierung, dass es letztlich doch immer Unterschiede sind, die in dem relativ kleinen, aus theoretischer Sicht zumindest relativ kleinen Bereich bleiben, nämlich in dem polynomiellen Bereich. Ja, man kann natürlich sagen, in der Praxis, ja, so klein ist das nicht. Polynomiell, das macht halt schon einen großen Unterschied, ob ich linear viel Zeit oder quadratisch viel Zeit oder kubisch viel Zeit brauche. Das eine kann praktikabel sein, das andere nicht. Darauf will man natürlich auch Acht geben, aber dennoch ist eine polynomielle Funktion immer noch eine derjenigen, die weniger große Unterschiede verursachen. Ja, da gibt es noch ganz andere, mit denen wir hier zusammentreffen werden und die auch eine Rolle spielen in praktisch wichtigen Problemen. Also da ist es nicht so, dass man das in der Praxis dann nicht mehr trifft, nur weil es große Funktionen gibt. Okay, also Implementierungsdetails, auch das noch ein Quell von Abweichungen, aber häufig einer, der nur polynomiell oder auch nur konstant lineare Effekte hat. Also es kann auch sein, es wird einfach irgendwas hundertmal schneller. Das ist natürlich in der Praxis eine schöne Sache, aber für die Komplexitätsklassifizierung wird es keine große Rolle spielen. Okay, also all das Dinge, die uns beschäftigen, ja, und all das Dinge, die problematisch sein können, wenn es darum geht, bestimmte Probleme bezüglich ihrer Schwierigkeit, ihrer Schwere zu klassifizieren. Und man kann sich nach all diesen Dingen, die hier genannt worden sind, schon fragen, ist das überhaupt machbar? Ja, also kann ich irgendeine Komplexitätstheorie finden, die sinnvolle Ergebnisse liefert, wo doch so viele Details eine Rolle spielen? Maschinenmodell, Eingabekodierung und Implementierungsdetails. Und all das hat einen Einfluss und all das wird die exakten Zeitschranken, die so ein Algorithmus zum Beispiel benötigt, beeinflussen. Und man könnte jetzt sagen, ja gut, okay, wir wollen so detailliert sein. Wir wollen wirklich Ergebnisse haben für ein konkretes Implementierungsmodell mit einer bestimmten Kodierung und Implementierung. Und das ist auch valide, ja, das wird untersucht. Das ist Teil der algorithmischen Forschung. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, ja, kriegen wir solche Ergebnisse überhaupt? Und das stellt sich als sehr schwer auch heraus, ja. Und da kann ich Ihnen ein Beispiel dazu geben. Nehmen Sie mal eine ganz grundlegende Operation, eine einfache arithmetische Operation, Matrixmultiplikation. Matrixmultiplikation, Matrizenarithmetik, okay. Die kann man ganz naiv in kubischer Zeit ausführen. Multiplikation, zwei Matrizen, also drei geschachtelte Schleifen. Dann haben Sie die Matrizen multipliziert. Das schafft man. Das ist ganz naiv. Man kann das aber auch optimieren, auf verschiedene Arten und Weisen. Und das Ganze ist zu so einer Art Obsession der algorithmischen Forschung geworden, zumindest für bestimmte Zeiten. Wie gut kann man das schaffen? Wie schnell kann so Matrizenmultiplikation werden? Im schlimmsten Fall. Was muss man erwarten, ja? Und da wurden viele Ergebnisse erzielt. Aber, wie man sehen kann, auch sehr, sehr detaillierte. Seit Jahrzehnten ist das im Prinzip erforscht. Es begann mit einem im Prinzip Durchbruch auf dem Gebiet von Straßen in 69, der gezeigt hat, dass es im Worst Case n hoch 2,808 ungefähr im Mittel möglich ist, Matrizen zu multiplizieren. Fast zehn Jahre hat der Rekord gehalten. Dann wurde das verbessert auf 2,796. Kurz darauf 2,78 in 79. 81 noch mal ein deutlicher Sprung, 2,5. 2,517 etwas besser in 82. 2,496 Coppersmith und Winograd. Ein wichtiger Meilenstein in dieser Entwicklung. 2,497 Straßen kommt noch mal zurück in 86. Aber kurz darauf 90 legen Coppersmith und Winograd noch mal nach mit 2,376. Lange Zeit der Rekordhalter. Bis dann Stossers 2010 2,374 erreicht. Und Williams noch mal einen drauf setzt mit 2,373. Riesenfortschritte, wie Sie sehen, in den letzten Jahrzehnten zu diesem algorithmischen Thema. Wie kann ich das machen? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja schon ziemlich nah dran. Das scheint zu konvergieren. Also 2,376, 2,374, 2,373. Möchte man vielleicht denken, ja, da haben wir es gleich geschafft. Wir sind jetzt schon sehr nah an der Lösung. Was erwarten die Experten? Was das wahrscheinlich, wohin geht das wahrscheinlich, wohin konvergiert das? Naja, Sie ahnen es. Vermutete optimale Lösung ist n², ja. Aber davon sind wir dann doch noch ein ganzes Stück entfernt. Und wie das genau gehen könnte, ist noch nicht klar. Man muss auch sagen, viele der Fortschritte hier bestehen nicht darin, dass jemand einen schlaueren Algorithmus entwickelt hat, sondern bestehen darin, dass die mittlere Komplexität oder die erwartete Komplexität im schlimmsten Fall genauer analysiert wurde. Also man hat bessere Methoden entwickelt, um herauszufinden, wie lange es denn wirklich im Worst Case dauert. Ganz exakt, wenn man eine bestimmte Implementierung annimmt und eine bestimmte Codierung etc. Ja, also Sie sehen, wir haben hier ein doppeltes Problem. Das eine Problem ist, der Raum der Probleme explodiert. Es gibt sehr viele Algorithmen mit sehr vielen verschiedenen Implementierungen. Und zweitens, selbst wenn man einen einfachen, konkreten Algorithmus mit einer konkreten Implementierungsannahme analysiert, kann man auch in vielen Jahrzehnten der Informatik nicht es schaffen, endgültig zu bestimmen, wie komplex der nun ist. Also es gibt immer nur Abschätzungen. Das ist also, man sieht die Schwierigkeit, ja. Also es ist kompliziert. Und die Frage ist jetzt, wie löst man das? Und, na gut, man kann es lösen, dass man sagt, ja, okay, das ist es. Wir müssen uns mit der Schwierigkeit auseinandersetzen. Und das ist, wie gesagt, auch valide. Man kann Algorithmik natürlich betreiben und sollte man auch. Man kann aber auch versuchen, ob man jenseits dessen anderweitig sinnvolle Ergebnisse erzielen kann. Und das ist das, was die Komplexitätstheorie versucht als Weg. Also wir haben gesehen, Problem. Exakte Bestimmung der Komplexität ist selbst bei einfachsten Algorithmen bisher nicht gelungen. Und selbst wenn sie gelänge, werden sie von vielen Annahmen abhängig, die praktische Computer eventuell gar nicht erfüllen. Also es ist auch bekannt, dass oft die optimalen Algorithmen für das Lösen eines Problems ohnehin nicht die sind, die man implementieren möchte, weil sie Annahmen verwenden, die in der Laufzeit, in der normalen Laufzeit erwarteten Laufzeit wiederum ungünstig sich niederschlagen. Okay, also wie weiter? Und was Komplexitätstheorie jetzt tut, ist, wir verallgemeinern noch mehr. Wir wagen noch weitere Abstraktionen, nämlich im Wesentlichen Abstraktion, die sagt, polynomielle Änderungen sind uns auch egal. Also wir tolerieren polynomielle Änderungen der Ressourcen und aber damit auch polynomielle Änderungen in der Kodierung zum Beispiel oder in anderen Aspekten. Polynomiell klingt erstmal nicht schlimm, hat aber natürlich einen offensichtlichen Nachteil, nämlich wir können nicht mehr zwischen linear, nämlich Funktion n und n hoch 1000 unterscheiden. Also das sind zwei Polynome und beides ist polynomiell. Und wenn ich unter polynomiellen Änderungen robust sein will, dann muss ich akzeptieren, dass diese beiden Dinge in der gleichen Klasse landen. Vorteil auf der anderen Seite ist, wir müssen nicht mehr zwischen n hoch 2,374 und n hoch 2,373 unterscheiden. Und das vereinfacht natürlich viele Analysen ganz beträchtlich, weil man diese Details außen vor lassen kann und trotzdem noch eine Einschätzung bekommt. Ja, es ist nicht mehr so exakt, aber man hat eine erste Bestimmung, die natürlich viel, viel schneller gelingt. Und wir werden, das muss ich auch gleich sagen, auf der anderen Seite natürlich sehen, dass viele exakte Bestimmungen trotzdem noch nicht gelingen, selbst mit dieser Abstraktion, die die Komplexitätstheorie einschlägt, weil auch da es viele offene Fragen gibt. Also an vielen Stellen wissen wir dann trotzdem nicht, ob eine Klasse größer ist als eine andere. Dazu kommen wir noch. Aber zumindest kommen wir ein bisschen näher an das Lösbare heran. Okay, jetzt möchte ich Ihnen noch in den letzten paar Minuten ein paar wichtige Komplexitätsklassen und ihre Beziehungen vorstellen und auf dem Weg gleich am Beispiel sozusagen zeigen, wie das funktioniert mit der Robustheit gegen polynomielle Änderungen. Hier auf dieser Folie sehen Sie vier wichtige Komplexitätsklassen, wichtige deterministische Komplexitätsklassen, sollte ich sagen. Alles, was ich hier mache, bezieht sich auf deterministische Algorithmen. Diese fassen jeweils ganze Familien von Zeit- oder speicherbeschränkten Klassen zusammen. Hier haben wir vier. Erstens P- oder auch P-Time genannt. Ja, also die hier vorne stehen oft zwei Begriffe. Das bedeutet einfach, dass die Synonym gebraucht werden. Also P ist oft die Kurzschreibweise von P-Time, aber man kann auch P-Time schreiben, wenn P etwas zu kompakt erscheint oder vielleicht nicht klar genug ist für den Leser. Das ist definiert als die Vereinigung über alle Grade, D-Degree von Polynomen, wobei wir jeweils die Klasse D-Time für diese polynomielle Grenze N hoch D annehmen. Das heißt also, P-Time ist nicht nur linear, quadratisch, kubisch, sondern ist die Klasse, die ich mit allen polynomiellen Schranken bekomme, beliebig hoch. Ja, okay, das ist die, das Polynomierzeit, exp- oder exp-Time, exponentielle Zeit, ist das, was man erhält, wenn man hier statt des Polynoms eine Exponentialfunktion nimmt, 2 hoch N hoch D, wobei N hoch D wieder, man sieht es, ein Polynom darstellt. Ja, N ist der eigentliche Parameter, mit dem wir arbeiten, das ist die Länge des Inputs. D ist diese Konstante, die aber hier, von der wir die Vereinigung nehmen, und 2 ist einfach die 2. Das heißt also, wir haben eine exponentielle Funktion, wobei im Exponenten ein Polynom stehen kann, irgendeins. Das ist die Definition, die gängig ist und auch die, die robust und einfach zu benutzen ist und deshalb sehr viel vorkommt. Es gibt auch eine andere Definition, bei der man statt exp-Time e-Time schreibt und wo hier statt ein Polynom nur eine lineare Funktion erlaubt ist. Das ist was anderes und das muss man einzeln untersuchen, kommt aber viel seltener vor in der Praxis. Also häufig finden wir exp-Time für praktische Probleme. Beim Speicher fängt man weiter unten an. Wir beginnen mit logarithmischem Speicher, der auch als L oder eben Logspace bezeichnet wird. Das ist die deterministische Speicherklasse für die logarithmische Funktion. Jetzt fragen Sie vielleicht, welcher Logarithmus, und da sage ich, lineare Faktoren sind uns egal. Also mit anderen Worten, die Basis des Logarithmus hier, das wissen Sie aus der Schulmathematik, die kann man natürlich als einen Faktor auffassen. Das heißt, es ist unerheblich, was hier steht, da wir ja alles relativ zur O-Notation machen, wird das versteckt. Alle logarithmischen Funktionen sind im Prinzip ähnlich, bis auf lineare Faktoren. Das ist auch außerdem wichtig hier zu beachten, dass wir hier gar keine Polynome zulassen. Also das ist wirklich bloß eine einzige Art von Funktionen, die Logarithmen, die in dem Fall auch viel Robustheit auch trotzdem mitbringen, weil ich eben Logarithmen anwende auf den Input. Eine ähnliche Frage kann man übrigens hier stellen, warum steht hier eine 2 und nicht eine 10 oder eine 42 oder irgendwas anderes? Und die Antwort ist die gleiche. Also das spielt keine Rolle für die grundsätzliche Natur dieser Funktionen, wenn ich hier Polynome zulasse. Da kann ich mich auf die 2 beschränken. Nur 1 oder 0 sollte ich nicht wählen, offensichtlich. Okay, also das logarithmischer Speicher. Und dann wagt man auch noch den Schritt 1 weiter zum Polynomiellen Speicher. Das ist genau das Gleiche wie Polynomielle Zeit. Nur hier gibt es die Abkürzung P aus verständlichen Gründen nicht, denn das würde ja P-Time bedeuten. Hier schreiben wir wirklich P-Space und P-Space ist die Vereinigung aller Polynomiell beschränkten Speicherklassen. Deterministisch natürlich wieder. Das Polynomier Speicher. Sie sehen, wir fangen bei Speicher weiter unten an als bei Zeit. Das hat wichtige Gründe im Prinzip, weil Speicher mehr schaffen kann. Also mit logarithmischem und Polynomiellen Speicher kann ich schon sehr viel machen. Exponentieller Speicher kann natürlich auch definiert werden, aber das ist schon so stark, dass man da schon jenseits von vielen Dingen ist, die dann noch praktikabel sind. Deshalb fängt man hier weiter unten an. Bei der Zeit ist es ein bisschen anders. Okay, das sind also die wichtigsten vier deterministischen klassischen Klassen, die wir betrachten wollen. Wir werden aber auch noch mehr Klassen sehen hier in den Videos. Aber damit wollen wir anfangen. Jetzt sagen Sie hoffentlich oder vielleicht zu Recht, logarithmischer Speicher, was soll das überhaupt? Das gibt doch gar keinen Sinn. Wir hatten doch schon mal über linear beschränkte Automaten gesprochen und da hatten wir gesagt, linearer Speicher ist das Minimum, was ich brauche. Ganz einfach, weil weniger Speicherplatz als die Eingabe braucht, kann ich an der Turing-Maschine ja nicht geben. Ich muss doch zumindest die Eingabe aufs Band schreiben. Logarithmen dagegen sind, wie wir wissen, sublinear, zumindest ab n gleich 1. Und das bedeutet, dass so eine logarithmische Funktion uns ja weniger Speicher zugesteht, als wir brauchen, um die Eingabe zu speichern. Und das scheint ja erstmal widerständig, wie soll das überhaupt funktionieren, so ein Algorithmus. Geht aber eben doch. Man muss aber ein bisschen ausholen. Und ja, das steht hier nochmal das Problem. Selbst mit beliebigen Faktoren kommen wir mit einem Logarithmus langfristig nicht auf die Länge, die das Wort eigentlich schon hat. Also die Eingaben passen gar nicht mehr in den Speicher. Wie soll die Turing-Maschine das dann verarbeiten? Und die Lösung ist ganz einfach, dass wir der Turing-Maschine mehrere Bänder geben und damit den Arbeitsspeicher von dem Eingabespeicher trennen. Also das heißt, eine logarithmisch speicherbeschränkte Turing-Maschine ist nicht einfach eine normale Turing-Maschine, so wie wir sie bisher betrachtet haben mit einem Band. Sondern es ist eine Mehrband-Turing-Maschine, bei der man ein Eingabeband hat und ein Arbeitsband. Das Eingabeband darf nur gelesen werden, aber beliebig oft. Ich darf auf dem Eingabeband also mit dem Lesekopf vor- und zurücklaufen und immer wieder die Zeichen anschauen. Aber ich kann dort nichts verändern und nichts schreiben. Also wie ein Datenträger, der also keine Schreibzugriffe zulässt. Denken Sie an optische Datenträger oder vielleicht an das World Wide Web. Sie können aus dem Web viel lesen, aber das meiste davon nicht schreiben. Das ist also eine Menge Daten, über die Sie rechnen könnten. Und es wäre jetzt unfair zu sagen, dass Ihr Algorithmus so einen hohen Speicherbedarf hat, weil die Daten, mit denen Sie arbeiten, so groß sind, solange Sie die nicht im Arbeitsspeicher halten müssen. Dieser Arbeitsspeicher, das ist das, was wir bei Turing-Maschinen als das zweite Band betrachten, bei diesen speicherbeschränkten Maschinen. Das ist unser Arbeitsband. Da darf ich alles tun, was ich normalerweise auch tun darf. Lesen, schreiben, so oft ich möchte. Aber hier habe ich die Beschränkung auf logarithmisch viel Speicherzellen. Also das heißt, wir haben beliebig große oder relativ große Inputs, aber nur kleinen Arbeitsspeichern. Das reicht aus, um Sprachen zu erkennen. Also damit kann ich jetzt akzeptieren oder verwerfen durch Endzustände. Wenn die Turing-Maschine noch etwas ausrechnen soll, also eine Rückgabe hat, dann könnte die auch wieder größer sein als der Arbeitsspeicher. Und für diesen Fall definiert man dann meistens noch ein drittes Band. Das ist dann als Ausgabeband definiert. Das ist auch nur eine kleine Technikalität. Man schreibt dann einfach nur auf dieses Band, liest es nie wieder, bewegt den Kopf dort auch nicht wieder zurück. Wie so ein Datenstrom, in den ich meine Daten schiebe, ohne dass ich selbst noch Zugriff darauf habe. Gut, also auf diese Art kann man sinnvoll Turing-Maschinen definieren, die weniger Arbeitsspeicher haben, als der Input groß ist. Und dann interessante Dinge damit tun. Diese technischen Details müssen wir bei anderen Maschinentypen, die wir betrachten, nicht berücksichtigen. Da können wir abnehmen, was wir wollen. Das ist auch robust gegen diese Änderungen, aber bei logarithmischem Speicher müssen wir so weit gehen, sonst funktioniert es nicht. Okay, damit sind wir fast am Ende des Videos. Jetzt will ich noch kurz das, was ich jetzt hier besprochen habe, ein bisschen in Beziehung setzen. Vier Klassen haben wir schon. Wie verhalten die sich zueinander? Ist da eine größer als die anderen? Sind die unvergleichbar? Sind die alle gleich? Ist also eine interessante Frage. Und wir ahnen natürlich schon irgendwie, dass sie sich unterscheiden und vielleicht auch schon, in welcher Art und Weise sie sich unterscheiden. Also das ist auch übrigens allgemein eine ganz wichtige Frage in der Komplexitätstheorie, was man über diese Beziehungen in verschiedenen definierter Klassen eigentlich sagen kann. Wenn ich eine mit definiere, indem ich den Speicher beschränke und eine andere, indem ich die Zeit beschränke, sind die ja erst mal nicht unmittelbar vergleichbar. Unterschiedliche Beschränkungen auf unterschiedlichen Ressourcen. Und das ist dann erst mal herauszufinden, wie das sich zueinander verhält. Okay, in den vier Fällen, die wir hier haben, ist das zum Glück relativ einfach oder zumindest gut bekannt. Eine Beobachtung, die wir sofort machen können, ist, dass höhere Schranken zu größeren Sprachklassen führen. Also wenn ich mehr Zeit zulasse oder mehr Speicher gebe, dann kann ich damit mehr Probleme lösen. Aber ich kann auch die, die ich mit weniger lösen kann, immer noch lösen. Das heißt also, sicherlich ist polynomieller Zeit enthalten in exponentieller Zeit und Logspace ist enthalten in PSPACE. Aus dieser einfachen Beobachtung ist aber noch nicht klar, ob man wirklich echt mehr Probleme damit lösen kann oder einfach nur gleich viele. Also natürlich kann ich jedes polynomielle Problem auch in exponentieller Zeit noch lösen. Die Frage ist, gibt es noch andere Probleme, die nicht in polynomieller Zeit gelöst werden können, aber in exponentieller schon. Und das ist nicht offensichtlich immer und manchmal auch nicht bekannt. Aber bei unseren Klassen ist das bekannt und allgemein ist es bei sehr vielen Klassen bekannt, wo man die gleiche Ressource beschränkt und echt höhere oder deutlich größere Funktionen annimmt. Also zum Beispiel, wenn ich von polynomieller Zeit auf exponentielle gehe, dann kommt da echt mehr hinzu. Ebenfalls, wenn ich von logarithmischem auf polynomiellen Speicher erhöhe, kommt echt mehr dazu. Wenn ich von da auf exponentiellen Speicher gehe, kommt noch mehr dazu. Bei Speicher ist das noch viel feingranulare. Also selbst zwischen linearem und quadratischem Speicher gibt es schon so eine Beziehung. Also da kann man tatsächlich sagen, mit jedem Schritt, den ich gehe, bekomme ich ein bisschen mehr. Was auch wirklich die Intuition ist, die man natürlich hätte. Je mehr Zeit ich habe, desto mehr schaffe ich darin. Überraschenderweise und gegen diese Intuition gibt es aber tatsächlich Fälle bei Turing-Maschinen, wo man zeigen kann, dass auch deutliche Erhöhungen der Ressourcen nicht zu zusätzlicher Mächtigkeit führen in der Berechnung. Es gibt sogar Funktionen, die so geartet sind, dass wenn ich sie exponentiell vergrößere, ich damit kein einziges Problem lösen kann, was ich nicht vorher auch schon lösen konnte. Aber das sind schon sehr, sehr, sehr konstruierte Funktionen. Wenn Ihnen das interessiert, schauen Sie sich den Cross-Complexity-Theory an. Da machen wir sowas in größerem Detail. Aber hier reicht es zu notieren, das offensichtliche und erwartete gilt tatsächlich zum Glück. Das ist auch schon ziemlich lang bekannt. Das ist schon seit den 60er Jahren oder so beobachtet worden, dass solche Dinge gelten, schon bevor man eigentlich angefangen hat, Komplexity-Theorie so zu machen, wie wir das jetzt tun. Weiterhin kann man Zeit und Speicher gut in Beziehung bringen. Wieso ist das so? Naja, die eine Richtung ist ganz offensichtlich. Wenn ich nur n Schritte lang rechne, dann kann ich auch nur n Zellen in meinem Speicher beschreiben. Mehr schaffe ich nicht in dieser Zeit. Also selbst wenn die Turing-Maschine in jedem Schritt ein Feld weiter rückt und irgendetwas schreibt, nach der Zeit n, wenn die Zeit abgelaufen ist, habe ich nicht mehr als diesen Speicher benutzt. Damit ist der Speicher immer durch die Zeit indirekt mitbeschränkt. Gilt das auch umgekehrt? Naja, ganz so nicht. Denn ich kann, wenn ich nur n Speicherzellen habe, die ja trotzdem immer wieder neu beschreiben. Also Speicher kann man wiederverwenden, Zeit leider nicht, wie wir wissen. Und das bedeutet, ich kann auch mit einem linear beschränkten Speicher ziemlich lange rechnen, bis ich irgendwann mal anhalte, bis irgendwann mal nichts mehr Neues passiert. Und es gibt auch sinnvolle Algorithmen, die das tatsächlich tun. Also das ist nicht konstruiert. Ich kann systematisch zum Beispiel durch alle Möglichkeiten aus einem exponentiellen Suchraum suchen und jeweils eine Möglichkeit im Speicher halten, bis ich irgendwann vielleicht Erfolg habe oder alle durchgegangen bin und nichts gefunden habe. Das wird immer nur wenig Speicher brauchen, weil ich immer nur eine Möglichkeit betrachte, aber es dauert lange. Also das heißt, die Zeit ist unter Umständen deutlich größer als der Speicher, aber höchstens exponentiell größer. Weil die Anzahl der verschiedenen Speicherkombinationen, die ich haben kann, bevor ich alle wirklich mal gesehen habe, ist eben exponentiell in der Größe des Speichers. Und so lange kann es dauern, bis ich die alle ausprobiert, untersucht habe. Okay. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass wir diese Inklusionen hier haben. Achtung, das ist hier sehr subtil. Diese hier sind alles echte Inklusionen. Da ist der untere Strich durchgestrichen. Hier dagegen habe ich nur die einfache Inklusion. Logspace ist in p-Time. Warum ist das so? Weil ich auch mit logarithmischem Speicher exponentiell lang bezüglich dieses logarithmischen Speichers rechnen kann, bevor ich anhalte. Aber wenn ich eine Exponentialfunktion mit einem Logarithmus bilde, dann habe ich ein Polynom. Deshalb bin ich da in polynomierler Zeit immer noch fertig. Also das Exponentiale ist in dem Fall immer noch nur polynomier. Polynomier der Zeit ist enthalten in Polynomier im Speicher. Also alles, was da machbar ist, geht auch mit Polynomier im Speicher. Denn mehr Speicher benutze ich eben in dieser Zeit nicht. Und das, was in Polynomier im Speicher machbar ist, das ist auch in exponentieller Zeit machbar. Denn nach dieser Zeit habe ich alle möglichen Inhalte des Speichers gesehen. Und sollte es zu einer Entscheidung gekommen sein, mehr kann ich da nicht rausholen. Okay, also habe ich diese Beziehungen alle so erkannt. Und also relativ einfach. Ja, also es waren jetzt keine detaillierten Beweise, aber im Prinzip kann man das meiste davon sehen. Mit Ausnahme der Tatsache, dass man in Exp zum Beispiel echt mehr als mit P machen kann. Also die Ungleichheit, das dauert ein bisschen länger, die zu beweisen. Okay, zum Schluss noch ein paar Beispiele. Unsere Klassen sind, wie ich schon gesagt habe oder motiviert habe, wie wir es wollten, sehr robust. Die Details der Implementierung haben oft keinen Einfluss auf die Einordnung eines Problems. Das heißt, wir können zum Glück uns mit Skizzen begnügen, um zu zeigen, dass eine Sprache in einer dieser Klassen liegt. Wir müssen nicht genau sagen, welches Maschinenmodell und welche Datentypen und so weiter wir verwenden. Okay, und damit können wir das relativ schnell zeigen. Zum Beispiel Euler's Methode, um die Existenz von Euler-Pfaden zu entscheiden, kann in Logspace implementiert werden. Worin bestand die Methode? Sie erinnern sich, es ging darum, dass man den Grad der einzelnen Knoten im Graphen bestimmt und dann unterscheidet, ob diese Zahl ungerade oder gerade ist. Und es sollte, wenn es einen Euler-Pfaden geben kann, nur höchstens zwei Knoten oder genau zwei Knoten mit ungeradzahligen Graden geben. Was passiert übrigens, wenn es nur einen Knoten mit ungeradzahligen Graden gibt in einem Graphen? Darüber können Sie mal nachdenken, wie das dann aussieht. Okay, also es sollte höchstens zwei dieser oder Anfangs- und Endknoten höchstens dürfen ungeradzahlig viele Kanten haben, mit denen sie interagieren und die anderen müssen gradzahlig vieler. Okay, das kann ich, behaupte ich, in logarithmischem Speicher entscheiden. Wie tue ich das? Ich gehe, ich schaue mir jeden Knoten der Reihe nach an. Das heißt, ich gehe durch alle Knoten, aber zu jeder Zeit interessiert mich nur ein Knoten. Ich muss also nicht alle in meinem Arbeitsspeicher halten. Und für jeden Knoten gehe ich jetzt durch die Codierung meines Graphen, egal wie die jetzt aussieht konkret, und zähle die Kanten, die mit diesem Knoten zu tun haben. Zum Beispiel, wenn ich eine Matrix habe, gehe ich durch die Matrix, suche mir die Zeile für den Knoten und zähle dort die Kreuzchen. Und diese Zahl speichere ich. Ich muss eigentlich nicht mal genau die Zahl speichern. Es reicht aus, wenn ich die Zahl Modulo 2 speichere. Ich will ja nur wissen, ob sie gerade oder ungerade ist. Ich brauche also wenig Speicher dafür. Aber selbst wenn ich die Zahl speichere, brauche ich nur logarithmisch viel Speicher. Es können ja höchstens so viele Kanten wie im Input vorkommen, überhaupt mit einem Knoten zusammenfallen. Okay, also das ist eine nicht zu große Zahl, die passt in logarithmischem Speicher. Das zähle ich, dann weiß ich am Ende, ob das einer der ungeradzahligen oder ein gradzahliger Knoten war. Und die Zahl der ungeradzahligen zähle ich auch. Die genaue Zahl der Kanten muss ich nicht zählen. Und wenn am Ende herauskommt, dass mehr als zwei ungeradzahlige dabei sind, dann weiß ich, es gibt keinen Euler-Pfad. Ansonsten habe ich alles mit wenig Speicher gemacht. Okay, zweites Beispiel. Die Suche nach Hamilton-Pfaden ist in X-Pime. Wieso ist es in X-Pime? Ich kann in exponentieller Zeit alle denkbaren Kombinationen von Knoten auflisten und prüfen, ob das gültige Pfade sind für eine solche Kombination. Tatsächlich kann man das auch in polynomialem Speicher lösen, und zwar indem man jeweils nur einen Pfad im Speicher hält. Das kann man systematisch machen. Man muss sich nicht merken, welche Pfade man im Detail schon gesehen hat. Wenn man sie systematisch iteriert, dann kann man immer die nächste Kombination von Knoten anschauen. Ist auch nicht schlimm, wenn da ganz unzulässige Kombinationen vorkommen, die gar kein Hamilton-Pfad wären. Das kann ich ja auch prüfen. Und das heißt, ich habe immer nur eine Liste von Knoten im Speicher. Aber die Knotenliste muss nicht länger sein, als die Anzahl der Knoten überhaupt ist. Also die ist polynomiell in der Länge. Und für die muss ich dann prüfen, ob das ein gültiger Pfad wäre oder nicht. Dafür würde ich quasi versuchen, den Pfad abzugehen in meinem Input. Das kann ich auch mit polynomialem Speicher schaffen. Also P-Space. Ob es noch besser geht, ist natürlich jetzt offen an der Stelle. Das ist erstmal nur eine Abschätzung von oben her. Sie sehen auch, dass so eine Abschätzung unterschiedlich ausfallen kann. Ich könnte auch sagen, es ist ein Ex-Time, aber P-Space ist schon ein bisschen besser. Weil ich weiß, P-Space ist ein Ex-Time enthalten. Tatsächlich weiß ich nicht, ob die beiden sich unterscheiden. Man vermutet es, aber es ist nicht bekannt. Aber irgendwie bin ich schon etwas genauer, wenn ich P-Space sage. Das ist eine bessere Abschätzung. Was ist ein typisches Beispiel für P? Natürlich gibt es viele polynomielle Algorithmen. Also wenn Sie eine Algorithmenvorlesung gehört haben, vieles, was dort behandelt wird, ist polynomiell. Aber es stellt sich heraus, viele von diesen Algorithmen sind tatsächlich sogar noch in niedrigeren Klassen. Also sind zum Beispiel schon in Log-Space. Also so einfache arithmetische Operationen, Matrix-Multiplikationen, das kann man alles mit unter P-Aufwand machen. Was nicht heißt, dass man weniger als polynomiell viel Zeit braucht. Das sicher nicht. Aber man kann zeigen, dass es eben auch in einer niedrigen Speicherklasse wie Log-Space liegt. Was sind also typische Probleme, die in P liegen und wo man nicht ausgeht davon, dass es irgendwelche einfacheren Klassen gibt, in denen sie auch liegen. Und da haben wir in der Vorlesung Formale Systeme in den Videos auch schon was kennengelernt. Und zwar Erfüllbarkeit propositionaler Hornlogik. Klingt komplizierter als es ist. Hornlogik war einfach nur Logik ohne oder. Also wir haben nur ganz einfache Implikationen, die sagen, wenn A und B gilt, dann gilt auch C zum Beispiel. Und A und B und C sind einfach Propositionen, die nur wahr oder falsch sein können. Und wenn man prüfen will, ob so eine Spezifikation erfüllbar ist, also ob da kein Widerspruch rauskommt durch diese Implikationen irgendwann, das ist ein polynomielles Problem, was aber auch typisch ist für Poinominalität. Was man in keinster Weise sehen kann, ist, dass es irgendwie einfacher ginge. Also mit dem Algorithmus, den wir gearbeitet hatten, das war ein Resolutionsalgorithmus, braucht man tatsächlich linear viel Speicher. Mit logarithmisch viel Speicher würde man nicht auskommen. Und es gibt jetzt keinen Hinweis darauf, dass es irgendwie mit so wenig Speicher gehen könnte, was natürlich nicht heißt, dass es nicht geht. Vielleicht gibt es einen ganz anderen Algorithmus. Aber der Algorithmus, den wir da hatten, ist nicht leicht verbesserbar, um da hinzukommen. Und man erwartet es jetzt auch nicht unbedingt, wie gesagt. Aber ein Beweis ist das natürlich noch lange nicht. Okay, gut. Damit sind wir am Ende. Zusammenfassung. Ich habe Ihnen einiges erzählt. Die Komplexitätstheorie beschäftigt sich also mit dem Klassifizieren von Problemen nach ihrer Schwere. Und wir versuchen das immer relativ robust zu machen. Deshalb weichen wir unsere Klassen auf, machen sie relativ abstrakt. Aber dafür können wir auch leichter angeben, wo etwas liegt. Und wir haben schon die ersten Klassen L, P, P, Space und X ein bisschen kennengelernt und in Beziehung gesetzt. Als nächstes werden wir uns diese Klassen der Reihe nach anschauen. Erstmal polynomielle Zeit, logarithmischer Platz. Das ist auch eine praktisch wichtige Klasse, auch wenn sie ein bisschen schwerer zu greifen scheint manchmal. Und dann sehen wir auch noch viel von den anderen Sachen. Okay, das war es jetzt für dieses Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.